Hey meine Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von Among Us. Heute mit der Mimi. Hey, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, den Rest gibt es später. Ciao, viel Spaß. Gucke ich mir gleich an. Impostor. Wer, du? Nein. Du? Ja, will ich jetzt auch sagen. Ach, Kater, geh doch mal mit deinem Kater da weg. Jetzt nicht auf Handy trinken. Hab ich doch gesagt, du. Dann ging es schnell. Ja, ein bisschen zu schnell. Bin ich jetzt wieder pink? Nein, du bist orange. Nee, ich konnte meine Farbe grad noch ändern. Ja, dann bist du pink. Ich weiß noch nicht, ob ich schnell genug war. Ja, ich bin pink. Ja, was, was ich bin? Hi. Was denn? Ich stehe direkt vor dir. Oh, oh, hübsch. Nee, ist nie hübsch. Ist hesselicke. Ist nicht mein Farbe. Oh, fängt das schon wieder an. Kannst du sagen, wieviel Nullfallmeetings gibt's? Was? Wem wollen die rauskicken? Oh, mein Frau geht es euch noch rein? Oh, Mann, was? Ach, stimmt. Was schreiben die? Wen wählen die? I know you can vote me. Die wählen gelb. Gelb. Ah, okay. War alt. Okay, ich spiel auch gelb. Ist okay. U ist aber gelb. Boah, das war eindeutig. Nein. Hallo, er hat Turbulanz. Wählen die Farbe ja gewöhnt hat. Okay. Was müssen wir denn machen? Tast. Tast, wollte ich grad sagen. Ich muss irgendwas aufdrehen. Ja, dann dreh mal auf. Ich bin grad dabei. Okay, das ist lalalaboo. Lalalaboo. Ich hab die Tast fertig und lalalaboo. Jetzt muss ich nur noch in den Artenraum. Sag mal, darf ich hier irgendwo? Einen Artenraum muss ich auch. Ja, ich bin grad auf dem... Komm gleich. Licht ist defekt. Leicht gemeldet. Ja. Ich will jetzt grün. Einfügen. Grün? Welches grün? Hellgrün. Er hat gesagt, wir sollen gelb voten. Ja, stimmt. Also Damen... Mhm. Habe ich getrunken. Ich auch. Okay. Sie sehen nix. Ich bin ein billeter Fisch. Den melde ich jetzt, der beleidigt. Echt? Warum macht der denn? Ja. Ich wollte grad sagen, warum nicht, aber ich... Er hat geschrieben. Aber ich... Ich bin ja gar nicht weiß, ne? Melden. Belästigung. Fehlverhalten. Bestätigen. Bestätigen. Oh. Wo? Wie die sich denn quetschen. Der hat irgendwas von dir geschrieben. Kann ich ja gleich lesen. Mhm. Wo ist eigentlich der Artenraum? Ach, da hinten. Ganz unten von rechts. So. Äh... Speichern. Speichern. All... Task fertig. Öffnen. Wer lag ne Leiche? Melde sie. Melde sie nicht. Ich hab dich grad in Camps besucht und hab gedacht, da hätte ich ne Leiche gesehen, aber... Okay. Wo sind sie denn? Alle gehen. Ach, da komm ich gar nicht dran. Was ist da krass? Was steckt mich jetzt hier oben hier? Wo macht das denn auf? Du, ich hab nichts mehr zu tun. Ja, gut. Kannst mich doch begleiten. Ich hab dich grade hundertmal gefragt, wo bist du denn? Ja, beim Notknopf war ich. Und jetzt? Warum geht die Tür nicht auf? Gehst du in den Artenraum? Ja, aber die Tür geht nicht auf. Jetzt ist die Tür auf. Die ging grad bei mir nicht auf. Nicht klitten bitte, ja? Das ist kein Imposter. Ich hab meine Task fertig. Ne, ne, ne. Das ist auch so. Macht's auch ne extra an, wenn ich hier hätt's. Das ist ein Imposter. Sag ich doch. Hoppst du mir jetzt, dass ich kein Imposter war? Find me and Mimi a Imposter. Will der mich verarschen? Ja. Ich hoffe, die wählen jetzt nicht. Eskalationskatzen. Was schreiben die? Oder ist das nur böse? Queen Voter. Direkt vor meine Auge. Reggie. Im Artenraum. Mäcki zockt. Aha. So, Queen muss noch voten. Oh. Ja. Gigi. Thank you. Ich hab noch schnell reingeschrieben, ey. Oh, wir haben gewinert. Ich hab noch Chips und Flips. Ich hab doch auch Chips. Und das ist nix so gut für Katze und Katja. Du gehst sehen? Mhm. Hä? Archiv, Laderaum, Hauptflur. Handclipsraum, Archiv, Laderaum. Laderaum. Hi. Guten Tag. Sie haben einen Task? Ich hab ganz viele in Duschen. Und eine hier im Laderaum. Ey, ich auch. Wo ist denn die Dusche? Ach, da oben. Wie komm ich denn jetzt noch mal oben? Der Kater will Spider-Man fangen. Echt? Ja, sitzt hier vorm Fernseher und will Spider-Man fangen. Ja, na? Hi. Warte, ich muss auch in Dusche. Ja, dann komm. Hier geht's hoch. Ja, warte, ich mach eben hier die Task. Ach so. Oder ist noch eine? Ja, die kann ich auch eben machen. Ich hab ja auch eine. Ich hatte hier zwei. Oh. Ich hab ja noch eine. Oh Gott, ich hasse Handtücher. Also nein. Und dann kommt auch noch sowas. Oh, da ist jemand tot. Nein. Der schläft. Oder sind zwei tot. Vielleicht ist einer auch verlassen. Das kann auch sein. Aufgaben sind Max, oder? Was? Die heißen Max, die Aufgaben. Ach, sind Maximal. Mich ist Save. Wer ist denn? Wer ist denn mich? Ach, da. Der ist ja echt mich. Du bist doch pink, oder? Ja. MT Juice. Set Report? Weiß ich nicht. Oder es gibt nicht. Ich hab so das Verlangen danach. Du bist pink. Wie heißt meine Farbe überhaupt? Wen wählen die alle? Rosa, glaube ich. Ich hab MT Juice gewählt. Okay, ich auch. Ich glaub rosa. Ich hab MT Juice gewählt. Oh. Bin ich rosa? Ja. Ich weiß nicht, welche Farbe ich bin. Ja, das ist rosa. Dann bin ich halt rosa. Rosa oder Hebring ist beides. Stimmt eigentlich. Oh. Wow. Warum hat sie denn Harry Potter? Das war, äh, das war schnell. Ja. In dem Kater gefällt's anscheinend. Ja. Das ist nice. Wo gehst du hin? Oh, geil. Äh, Antriebsraum. Kann ich nicht. Oh, scheiße. Wo bist du? Ganz hinten. Laderaum. Hast du grad das gemacht? Ja. Da ist ja schon einer. Sache gerettet. Ich hab grad Braun getötet. Ey, wo bist du denn? Ich bin grad in Küche unten. Ah, okay. Dann komm ich da in die Richtung. Doch, nicht. Ich hoffe, dich hat keiner gesehen. Ich bin schnell weggerannt. Okay. Geil, Alter. Wir sollten öfter drei machen. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir beide werden. Sollen wir irgendwie in random voten? Irgendwie möchte ich Dragon Ball voten. Ja, okay. Ich bin dabei. Dann werden wir einfach random. Wir sind nur noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf nicht im Poster. Weil Winnie Pat grad verlassen hat. Ach so. Ja. Oder die sagen an der Self Report. Lass mal den machen. Äh, ich bin trotzdem noch für Dragon Ball. Okay. Einfach nur, weil der die ganze Zeit rein triggert mit seinem Selbst Report. Das macht er immer. Der wählt auch Orange. Dann sind wir drei, die Orange auf jeden Fall schon mal wählen. Dann haben wir nur noch vier. Das heißt, es muss nur noch einer töten. Ja. Ich hab Orange gewählt. Aha. Ach, der Kater kriegt jetzt schön warme Luft an seinen Bauch gedrückt. Deswegen liegt der dann. Krass. Ist natürlich schlecht. Dann wird man Computer nicht fahren. Und wenn ihr mich wortet, werdet ihr ihr sehen. Ich bin eh nur. So. Lassen wir uns überraschen. Vor allem, weil wir das auch noch wissen, ey. Was wissen, hä? Ach so, ja. Stimmt ja. Oh oh. Und jetzt einfach nur noch töten, schlachten, zermächeln. Jetzt am besten schnell, äh, was machen. Oh. So. Schilleböön. Geh auf die andere Seite. Und jetzt einfach nur warten, wie es einer kommt. Und töten. Ne, ich hab noch sechs Sekunden. Ich hab drei. Zwei. Eins. Ich will den töten. Oh. Sorry. Oh. das war traurig wo bist du du hast gesagt da habe ich schon so quasi drauf gedrückt ja ich weiß das war etwas so das war's mit anderen was euch gefallen hat abonniert meinen kanal und lass die glocke da